Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu den Chroniken hier aus Hochwellenberg, aus der Saphirbucht, dem Fischerviertel. So, ich habe mich mit ein paar der Gelehrten unterhalten, die man so finden kann und ich habe ein paar Informationen bekommen und die möchte ich natürlich mit euch teilen. So, als erstes brauche ich mal ein ganz kleines bisschen Platz im Inventar. Das hier werden wir brauchen. Die zehn Stück werden wir vielleicht brauchen. Das Bett nehme ich mal mit. Ich glaube, wir sollten jetzt demnächst vielleicht anfangen, das Lager ein klein wenig zu bauen. So, warte mal, diese Gitter, wo hatte ich denn die hingebauten? Okay, dann kommt die jetzt zukünftig hier rein. Ich habe noch ein paar Goldstiefel, die kommen dann hier mit rein. Und der Rest sieht soweit gut aus. So, dann holen wir uns einmal das Material, was wir im Inventar erbeutet haben und was die Dorfbewohner so im Inventar erbeutet haben. So, dann nehmen wir mal alles mit. Oh, habe ich gar keinen Platz? Na gut. Dann packe ich mal das hier rein. Kiste lassen wir erstmal stehen. Holen wir dann später. So, dann gehen wir hier mal kurz raus, weil nicht, dass da irgendein Experiment schief geht. Und hier irgendwas in die Binsen geht, ne? Schon wieder ein fahrender Händler oder immer noch ein fahrender Händler? Grüß Gott. Immer noch. Na gut. So, ich würde vielleicht hier vorne, da ist eine freie Fläche, da gehen wir jetzt erstmal hin. So, und zwar haben wir Kamesin-Nesel. Wenn ich diesen Kamesin-Nesel nehme und daraus dann eine kleine Fläche baue, dann kann ich mit Knochenmehl hier diese Dinge entstehen lassen. Schon mal sehr gut. Dann kommen ab und zu grüne Pilze. Wirrpilz. Ich dachte, aus diesem komischen Wirrpilz. Oder brauche ich da vier für? Der wird mich ja wohl nicht angelogen haben. Ups, das war ein roter Pilz. Das war auch ein roter Pilz. Na gut, pass auf. Machen wir erstmal den roten. Wenn ich den roten Pilz hier ein wenig Knochenmehl gebe, dann kommen hier diese komischen Bäume bei rum. Und zwar, die Blätter von denen, die sind aus Neterwarzen. Und dann kommen ab und zu diese Jungs hier. Das sind Pilzlichter, nennen die sich. Haben wir quasi eine neue Lichtquelle. Und das hier ist ganz normale Holz. Das können wir abbauen. Das war jetzt auch total falsch, was ich hier jetzt gerade gemacht habe. Ey. Okay, warte. Dann machen wir das so, so, so. Und so. Den stellen wir nochmal hin. Neterwarzenblöcke haben wir auch. Moment, ich muss mal ein bisschen was abladen, weil ansonsten ist das nicht gut. Oh, dass das mit dem grünen Pilz nicht funktioniert, ist komisch. Der Hayopay, der hat gesagt, das funktioniert mit den grünen und mit den roten. Oh, da muss ich da auf den Untergrund achten. Das kann natürlich auch sein. Das sind verschiedene Untergründe. Ja, werden wir ausprobieren, Freunde. Das werden wir ausprobieren. Auf jeden Fall. Das hier. Ne, warte mal. Seelensand. Setze ich mir einen kurz hin. Aber es kommt hier rein. Seen Erde. Setze ich mal kurz hin. Ja, das kommt auch hier rein. Dann nehme ich hier hoch. Mein Pilz. Hier geht das. Knochenmehl. Geht nicht. Und hier geht auch nicht. Okay. Hätten wir das schon mal geklärt. So, und rein und rein. Was mache ich denn hier mit diesen Neterwarzen? Ich habe doch irgendwo schon mal Neterwarzenblöcke gehabt. Dachte ich. Dann packe ich die hier mal mit rein. Natürlich der Test. Ob das Funktionen nuckelt. Nein, geht nicht. So, und die Dinger, die muss man mit einer Hacke abbauen. Weil wenn ich jetzt hier mit der Axt hingehe, sieht man schon. Geht nicht. Hiermit könnte es gehen. Ja. Mit Behutsamkeit geht es auch noch. So. Gold durchzogener Schwarzstein Basalt. Versuchen wir mal. Kollege Basalt. Wo packe ich denn hier mit rein? Basalt packen wir hier mit rein. Würde ich mal sagen. So. Das geht wahrscheinlich nicht. Nein. schon krass, wie viel Material jetzt aus dem Neter zu bergen ist. Polierte Schwarzsteinziegel. Oh, die. Oh, die schauen gut aus. Schöne Farbe. Schöne Farbe. Rissig poliert. Poliert. Das ist eine Treppe. Dann der Schwarzstein. Wie ist das, wenn ich den so mache? Ne, okay. Oben ist er so. Seitlich ist er so. Weiß ich Bescheid. Auch schön. Halt, stopp. Der Pilztest. Der Pilztest. Geht nicht. Tja, wo habe ich den anderen Schwarzstein jetzt hingeworfen? Hier. Zack. Und ups. Zack. So, golddurchzogener Schwarzstein. Sieht sehr, sehr gut aus. Der ist fast zu schade zum Einschmelzen, wie ich finde. Der ist zu schade zum Einschmelzen. Und dann haben wir natürlich noch, ups, ich meine. Das Netergolderz. Was ich auch sehr gut finde. Das finde ich auch schon fast zu schade zum Einschmelzen. Jetzt habe ich schon mal Gold und dann sowas. So, dann haben wir die Trauerranken. Trauerranken wachsen. Wie das für Ranken vielleicht so üblich ist. Und zwar von oben nach unten. Da kann ich ja hier mal so zwei Beispielranken hersetzen. Dann können die ein bisschen wachsen. Und dann gibt es auch noch grüne, hieß es. Die wachsen von unten nach oben. So, dann haben wir natürlich hier diese Karmesinwurzeln. Die kann man ja überall hinsetzen. Was mache ich da noch mit? Nix. Lassen wir einen Viererverbund stellen. Und dann irgendwas passiert. Nix. Okay. Die Karmesinwurzeln. Die Karmesinpilze haben wir gesehen, was die machen. Eine Gasträne. Hä? Ach, warte, nein. Die Gastränen, die habe ich ja in meiner Dingsbums-Meter-Kiste. So, ich würde sagen, die Pilzlampen, die machen wir da auch mit rein. Das Licht, das packen wir auch einfach dann, ja, das Licht, das Holz, das packen wir dann einfach mit in die Holzkiste, weil es ja Holz ist. So, und jetzt möchte ich wissen, ach ne, ich habe ja gesagt, ich mache vier Pilze und versuche das dann mal. Aber ich sollte vielleicht noch eine Hake mitnehmen. Hier oder so. Aber die ist schon fast im Eimer. So, irgendwo da drüben habe ich das Bett. Bett, 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 Bett. Ach, habe ich aufgestellt, okay. Genau, da bei dem komischen Gewürda. Dort muss ich hin. So. Dann nehmen wir uns hier diesen hier. Und dann sieht man schon, dann geht das ganz fix. mit dem Abbau. So, und das war es auch schon mit der Hake. Habe ich nicht noch irgendwas vergessen? Ach ja, genau, das zeige ich euch dann auch gleich. Und zwar geht es um diesen Schrott, den ich eingesammelt habe. Der Schrott ist gar kein Schrott, Freunde. Der Schrott ist so ziemlich das wertvollste, was man haben kann. Und wir sind in der Richtung auch schon relativ reich, möchte ich bewerten. Nachdem wir schon einmal diese Platten gefunden haben. Damit man benötigt insgesamt... Oh, es wird dunkel. Ich sollte schlafen gehen. Oh. Gerne nicht im Baum. Gut Nacht. So, guten Morgen. Kleinen Moment mal. Wo war ich? Ach ja, aus diesen Platten kann man das massivste Material machen, das die Welt momentan kennt. Und zwar Neterit-Werkzeuge. Mhm. Wir müssen nur noch eine einzelne Platte finden. Dann können wir uns ein Neterit-Werkzeug machen. Oh, äh. Warum, warum sieht das jetzt so aus? Ah, weil da was drauf stand. Das ist wie Gras jetzt, oder? Ist das? Hm. So, hier haben wir auf jeden Fall unseren Pilz Nummer 4. So, das ist noch weg. Upsi. Funktioniert das vielleicht nicht wegen der komischen Blume? Mögen die keine Blumen? Hm. Haben die was gegen Blumen? Äh, so. Nee. Tja, dann bin ich mit diesen grünen Sachen ein wenig überfragt. Aber hier geht's nicht. Okay. Ähm. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob sich das wie Gras ausbreitet. Weil wenn sich das wie Gras ausbreitet, ähm, können wir hier eine kleine Fläche mit, ähm, Neter-Rack aus, ähm, füllen. Und erstellen uns so quasi diesen Untergrundboden eigenständig, ohne dass wir im Neter irgendetwas, ähm, entfernen. Hm. Wo? Äh, Unsinn wäre es nicht. Wollte gerade sagen, ist Unsinn, weil dann ist irgendwann das, äh, der ganze Neter so überwachsen. Aber wenn man die nicht mit Behutsamkeit abbaut, dann werden die zum ganz normalen Neter-Rack. Wo stehen da eine Bergbank, sag mal. Dann kann ich vielleicht daraus irgendwas bauen? Nö. Naja. Oh, hier kamen wir, das letzte Mal kamen wir doch hier hoch von der, von der Höhentour. Was ist das? Was ist das? Das muss ich jetzt nachgucken, Freunde. Was ist das? Was ist das? Ist das einen halben Block hoch? Das verstehe ich nicht. Jetzt ist es weg. Das war ja merkwürdig, das habe ich ja noch nie gesehen. Naja, öfters mal was Neues, ne? Und mit dieser neuen Welt hier. So. Lassen wir das jetzt hier stehen? Mache ich das woanders? Ich lasse ich lasse es einfach mal hier stehen. Warte mal, kann man das beharken? Nein? Nein. Okay. Ich lasse es einfach mal hier stehen und gucke mal, ob es... Na ja, hier ist es vielleicht ein bisschen doof, ne? Das stelle ich vielleicht beim Ofen hin. Das ist vielleicht eine Idee. Die Bäume hier müssen wir auch mal fällen, damit wir hier mal wieder... Obwohl, es schaut eigentlich ganz gut aus, ne? Naja. Gut aussehen und gut sein sind zwei verschiedene Sachen. Ähm, die Dinger sollte ich... Na, obwohl da haben wir noch genug. Ähm, das mache ich dann ohne euch, dass ich die Dinger abernte. Und erst mal ansammeln. Ach ja, das Neterrit-Erz. Stimmt, das wollte ich euch noch gezeigt haben. So, nochmal mal so. So, so. Da schmeißen wir den rein, so. Ähm, wie viele Neterwarzenblöcke wir auch haben. Da können wir jetzt dann jede Menge rote Neterziegel machen. Obwohl. Muss ich prüfen, bekomme ich die denn wieder... Die bekomme ich nicht zurückverwandelt. Okay. Okay. Dann kann man daraus vielleicht höchstens Feldwege machen, denke ich mal. Irgendwie sowas. Ähm, dieser... Das da würde ich gerne mitnehmen. Die würde ich vorne reinlegen. Das ist ja eigentlich Pflanzengedöns. Äh, das ist eigentlich auch Pflanzengedöns. Äh, das kann eigentlich bleiben, wo er ist, ne? Pilzlicht. Eigentlich eine Pflanze, ne? Aber eigentlich macht er auch Sätze kaputt, wie ich immer gerne zu sagen pflege, wie der ein oder andere ganz bestimmt weiß. Dann müssen wir mal an unsere Sicherheitstruhe, an unseren kleinen Tresor. So, dort kommt die Gasträne hinein und das der antike Schrott heraus. So, dam 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 dam. Das Pflanzengedöns ist hier. Ich packe das hier auch mit zu den Pflanzen. Erstmal. So, äh, so. So und so. Zack, zack, zack. Das macht so, das kommt da rein. So, wir nehmen eine Kohle und legen diesen antiken Schrott da rein. Und zack, zack, Neteritplatten. Und noch mehr Neteritplatten. So, aus vier Neteritplatten kann man dann eine Neteritbarren machen. Und aus den Neteritbarnen, das kann man dann quasi wie eine Legierung, das zieht man über die Rüstung dann drüber. Und dann hat man Material, was härter ist wie Diamant. Cool, ne? Das ist mega. Wieso sind die Daten, die sollen hier rein? Das ist voll gut. Ich mach mal ein Lied weiter. Das ist voll gut. Bin mal gespannt, ob das dann auch effizienter ist. Magma-Creme gehört hier nicht rein. Sorry, dass ich mich heute so ein bisschen erkältet anhöre, aber... Es war eine lange Nachtschicht. Ja, ja. So ist das. So, wo hab ich denn das? Hier. 39 Magma-Creme haben wir schon. Auch respektabel. So, aber hier geht, glaub ich, nix vorwärts. Gut, ich blicke auf die Zeit. So viel haben wir davon nicht mehr. Dann würde ich sagen, dann nehme ich die Dinge hier doch noch schnell auseinander. So, wir haben Gerüste. Und jetzt können wir uns dann eine eiserne Hake auch mal irgendwie bauen. Denn jetzt hat sie ja wirklich, äh, eine eiserne Diamanten-Hake. Weil jetzt hat sie ja auch Sinn, ne? Oh, ähm, ist vielleicht ein bisschen wenig an Gerüst. Soll ich nochmal ein bisschen was mitnehmen? Scheibenkleister aber auch. Einer von den Dingern hier jetzt flirten gegangen. Ah, das ist ein anderer Baum. So, das sieht schon mal gut aus. Das heißt, man kann hier trennen. Da kommt auch nix mehr, ne? Ne, da kommt nix mehr am Blüten. So, sechs Stück. Eigentlich sieben. Weil ich nicht so doof gewesen wäre. So, es wird schon wieder dunkel, krass. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, ich werde die jetzt dann noch auseinander nehmen. Und dann überlege ich mir mal, was wir denn jetzt als nächstes tun. Und dann sehen wir uns quasi in der nächsten Folge wieder. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Beisein und fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und Tschüss, Sikowski. Tschüss. Vielen Dank.